Was heißt, du müsstest jetzt neun Funke holen? Ich bin aber neben der Strecke LOL Korea! Palmer hat sich vor mir überschlagen! What the fuck? Ich kann deinen Namen erkennen Und ich sehe schon deine lächerliche Gaming-Brille in deinem Unterleimhelm 24 Echt? Also 32? Ja, ich hab gelb Ja, ich hab auch gelb Warum hab ich ne Strafe bekommen? Oh mein, von Flügel schon wieder Was ist das denn? Warum hab ich ne 5-Sekunden-Strafe schon wieder bekommen in dem Scheiß-Spiel? Die ich nicht mitbekommen hab Wegen Beleidigung Mit meiner lächerlichen Gaming Das kann doch nicht sein Guck mal Peter dazu, das ist mir jetzt gerade zu spannend Pfff 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 Ist er raus, direkt Leute, da ist er direkt Pfff 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 Easy Peter Holy shit Pfff 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 Ich hätt's auch probiert glaub ich Pfff 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 Ich habe ihn gewarnt, bevor er um die Kurve kam. Ich konnte mir auch nichts mehr machen, außer da stehen. Ich habe mich gedreht. Okay, Wehrlein wollte gerade mal. Der ist gerade mal eben an die Bande gefahren. Ich glaube, da hat dem einer eine Trinkflasche gereicht oder so. Ist doch eigentlich auch so eine integrierte Trinkflasche in deinem Helm, Felix. Nee, aber nee. Oh, pinkelst du eigentlich in deinem Auto? Ja, wenn es kommt, musst du einmal laufen lassen. Hast du schon gemacht? Nein. Langweilig. Langweilig, sagst du. Musstest du schon kacken? Oh ja, das schon. Das hat er auch eiskalt reingemacht. Pinkel war mir zu hektlich, aber kacken war ich voll reingeworfen. Hast du das Fenster geworfen auf den Hintermann, ne? Wir haben kein Fenster. Wo ist denn das Gewichtsverlust? Das bleibt doch da liegen. Ich wende dem Hintermann dann ans Visierball aus. Das wäre doch mal ein Novum. Ey, du geholst einen, dann wirst du dir mit kacken. Ach, schade. Scheiße, ich habe noch einstellen sollen, dass die meinen Flügel tauschen. Kacke. Nein, sie waren nicht fertig. Verdammte Scheiße. Die mussten doch den Frontflügel bei mir wechseln. Dann hat es ein bisschen wahrscheinlich länger gebraucht. Ja, der Typ kam da gerade angeraten, als wäre der aufs Klo gewesen. Huch, da kommt ja noch einer. Wo ist denn ein Wunder? Geil. Wie viele grüne Reifen hat man so, ne? Wie viele wieder hoch. Ach so. Wie viele wieder. Hör immer wieder so eine Aussage. Hauptsache, was sagen. Ach, Mensch, Mensch. Zehn Stück. Ja, das ist wieder zuerst ausgeschoben. Die Asiaten, die haben doch eh alle die gleiche nationale Mühne, weil hier alle gleichausschäden sind. Jetzt, raus, 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 raus. Christian, ich bin doch nicht draußen. Richtig? Wieso? Ich bin direkt hinter dir. Vorsicht, Bremse! Aber wir fahren ja nicht in der Türkei. 2,41 minus Runden. Minus auch mager. Geht noch weniger mager im Rennen? Ne. Hör aus. Ich hab Bottas! Ah, den hab ich sowieso schon. Scheiße. Muss ich jetzt langsamer werden oder schneller? Muss ich das Rot einholen, wenn der Minus steht oder langsamer? Also wenn der Grün ist. Ja, hab ich auch. Loll. Ich gewinne. Ihr werdet alle bestraft. Loll, ihr habt ne Durchfahrtsstrafe. Was ist das für ein Mist? Ihr müsst halt Grün fahren. Ich dachte, ich bin echt langsam gefahren. Aber es war halt... Ich hab minus drei Sekunden. Wie soll ich das denn aufholen? Durchfahrtsstrafe für die nächste. Drei Durchfahrtsstrafe hab ich jetzt. Du bist langsamer, weil du bist so schnell. Wieso fährst du denn so schnell? Ja, weil das Rot ist und Minus. Ja, immer noch Grün. Musst du fahren. Ja, ich weiß, aber ich dachte, ich muss schneller fahren. Ach, Mann. Ja, okay. Nein. Christian fährt halt komplett gerade weg, ey. Ja. Christian hat schon Runde 2. Mann. Das war Rot und Minus. Also bei Rot und Minus dachte ich mir, okay, ich muss halt ins Plus kommen. Weil es ist irgendwie mehr geworden als weggefahren. Aber das ist auch wieder so ein Ding. Das ist bei Plus 7,5 Sekunden, ey. Und dann war wieder der klassische Christian. Ja, der einfach beschleunigt bist du nicht mehr, um das Minus 1 zu holen. Das ist echt geil. Oh Mann, das wird immer mehr. Ich seh jetzt schon wieder die Kommentare. Hör völlig zu Recht. Drei Durchfahrtsstrafen. Gut, dass der nicht gewinnt. Ja, gut. Ja, ja. Bei mir werden sich Leute auch freuen. Natürlich sind die zu Recht, aber... Ja, genau. Es ist halt blöd. Also es ist halt ärgerlich. Überforderte Situationen. Aber ich kenne halt nicht. Überblütet. Du weißt, was soll ich tun? Was soll ich tun? Gas. Power. Du klagst. Genau. Im Zweifel einfach Gas geben. So wie im echten Leben auch. Wenn du nicht weißt. Weißt du kennst die Situation, wenn du nicht weißt, wenn das Navi dich führt, ob du jetzt abfahren sollst oder nicht. Einfach Gas geben. Und kein Wein. Und kein... Kein Wein. Kein Wein. Keiner Tod. Das war der Grund. Wobei ich hab gehört, Peter hat Felix angetippt und dann ist er rausgedreht. Nein. Definitiv nicht. Ich hatte auch gesehen, dass Peter irgendwie dener gedreht hat. Das sieht man bei Dadu in der Aufnahme ziemlich gut, finde ich. Und deswegen haben beide nichts gesagt, weil Peter dener nämlich kurz aus dem Channel geschoben hat. Hahahaha. Alles gleichzeitig. Herr Dramm dafür instruiert, der hier noch AFK im Channel rumchillt. Als Stopp hat man die werden Assistenten. Peter hat so ein Zeichen gegeben vom Dramm und irgendwas gesagt. Er hat gesagt, ah ja, ich hab dann... Kein DRS-Fetster war das. Ja genau, kein DRS-Fetster war das Passwort. Seitdem hab ich den da auch nicht mehr gehört. Hahahaha. 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 Nein! Alter DALU! Und dann hab ich auch noch gesehen, wie DALU einmal... Nein, das hast du nicht gesehen. Wie so ne Abrissbirne in die kompletten Autos voll Speed reinkommen. Ich hatte gerade, als wir noch am Grid standen, meine Pedale geändert, weil meine Bremse zu schwach ist. Das ist natürlich während des Starts ne Bude gehen. Da hab ich... Bremse und Kupplung hab ich vertauscht und ich fahr... Oh Gott. Ok, jetzt brems ich. Ich werd nicht langsamer. Hahahaha. Und stammel nicht leider voll reinkommen. Hahahaha. Ja, denkt an den Flügel, ne? Ich weiß, deswegen sag ich auch, dass ich das vergessen darf. Oh ne, jetzt gehen die ganzen MPCs raus vorbei. Dann aah! 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 Das kann nicht sein! Du verfickte Hurensohn! Ja, ich glaub... Scheiß Verstappenfotze! Ja, ich weiß auch nicht, also... MAAAN! Ihr seid so Wichser alle! Guck mal, ob ich mit drin in den kompletten Polk bin, ey! Man, dann... Die würden alle bestraft werden! Alle! Das kann nicht sein! Alle rat! Am liebsten würde JD alle selber bestrafen, persönlich. Ja, das glaub ich auch. Bestraf und lernt durch Schmerz. So, Deiner, Gas! Geh mir halt weg mit der blauen Flagge, ich lass hier niemanden vorbei. Hahaha! Sehr gut, Peter! Das ist der Spirit, den ich hören will! Wetterbericht! Ich fürchte, dafür fehlen uns Daten! Force India hat jetzt bei mir angeheuert scheinbar. Ja, bei mir auch! Aber fehlen uns die Daten! Das ist auch Realismus-Folium! Ist doch klar! Darüber kann man sich tatsächlich ein bisschen ärgern! Nee, das nur... Weil das würde es halt niemals geben! Was, wenn das WLAN down ist? Haha! Haha! Das wäre so... Ja, genau! Fürs komplette Rennen eigentlich angezeigt werden. Ich hatte im Grand Prix das, dass der so sagte, ja okay, weiß nicht, gelb reicht für 31 Runden. Wo ich mir dachte so, what the fuck, das ist fast das ganze Rennen. Ähm, aber das wird erst danach dann runtergerechnet im nächsten Bildschirm. Ja. Ich hatte gerade den Drift des Jahrtausends. Haha! Einmal quer über den Rasen. Und bin genau an der gleichen Stelle wieder ausgekommen. Keine Zeit verloren dadurch. Erste Runde ist immer etwas... Viel Spaß heute, sagt er! Danke! Die Sonne! Dankeschön! Danke! Dankeschön! Ich finde auch geil, die erste Ansage, die ich bekommen habe, es sind viele Fahrzeuge auf der Strecke. Haha! Alter Schwede, ey! Geist! Ja! Ist das ein guter Tipp? Ist doch nur so langsam. Was heißt, du müsstest jetzt neun Punkte holen? Ich bin aber neben der Strecke. LOL! Korea! Palmer hat sich vor mir überschlagen! Was ist das denn? Palmer ist auf dem Kopf! Palmer hat sich gerade auf dem Kopf überschlagen! Ja, aber er hat sich wieder zurück teleportiert und fährt wieder. Holy shit! Oh, wie geil ist das denn? LOL! Der ist vor mir einfach explodiert! Als wir da so ne Miene gelegen hätte! Abu Dhabi, ne? Ja, so vieles! What the ff! Abu Dhabi, ne? Ist klar! Yalalalalala! Ja... Was denn? Ah, du drehst mich! Oh fucking hell, sorry! Hahaha! So fährt der Felix! So kennen wir ihn! Ja, ich wollte nicht berühren! Ich fahr zu schnell aus der Korre raus! Da musst du echt Angst haben! Peter, fahr! Felix kommt! Sorry, Sepp, das war super ärgerlich! Ich wollte dich gar nicht überholen! Ach! Wer wollte dich nur drehen! Ich wollte dich auf der ganzen Mai auf dem DHS überholen! Sorry, sorry! Ich war dann zu nah dran! War blöd von mir! Sorry! Aber du hast ja 10 Sekunden selbst! Da ist das nicht so schlimm! Du hast ja 10 Sekunden! Ich rief! Ich rief! Du hast ja 10 Sekunden! Ich rief! Ich rief! Ich rief! Ich rief! Du hast ja 10 Sekunden! Ich rief! Ich rief! Ich rief! Ja... Terra wie im Wasser! Dir istzasamnach!